Der ist wahr! Kuhlstoßen mit Patti und Balzi! So funktioniert das. Hier stehen wir. Da ist die unterschiedliche Entfernung, unterschiedliche Körbe. Je nach Weite gibt es Punkte. Patti fängt an. So geht los. So schön wie beim Kugelstoßen. Natürlich krieg ich die hinter die Schulter. Also, ich leg mir das hier in den Hals. Und was mach ich? 10, 15 oder 25? Ja, mach was du willst. Hauptsache du triffst einen Korb. Ja! Die hat schon gebrochen! Ich hab gebrochen! Nicht schlecht! Soll ich die Nerven da raussammeln? Ich mach nämlich jetzt den da hinten. 50 Punkte gibt das. Übrigens alles aus Gummi, nicht echt. Entschuldigung, wir spielen noch nicht mit Lebensmitteln. So, Achtung, wir beim Kugelstoßen hier. Aber ganz knapp, du! Der war schon dran am Korb! Na gut, wir üben das noch, aber es macht Spaß, oder? Auf jeden Fall! Die Schleswig-Holstein-Spiele! Ich hab mir die Schul versaut.